Liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Sendestunde unseres heutigen Abendprogramms ist damit zu Ende. In der nächsten Sendestunde, und zwar von 18 bis 19 Uhr mit europäischer Zeit, können Sie uns auf den folgenden Frequenzen empfangen. 12.095 kHz, 6.155 kHz. Diese zwei Frequenzen sind für das digitale Radioformat bestimmt. Und dann folgen die üblichen Frequenzen. 12.010 kHz, 1.431 kHz, 1.323 kHz, 693 kHz, 630 kHz und 558 kHz. Wir hoffen, dass Sie uns gut empfangen können. Bleiben Sie dran bei der Stimme Russlands. Auf Wiedersehen. 8.155 kHz, 1.531 kHz, 695 kHz, 695 kHz, 790 kHz. 3.155 kHz und 505 kHz. 5.155 kHz, 695 kHz, 790 kHz. Untertitelung. BR 2018 Hier ist die Stimme Russlands. Am Mikrofon begrüße ich, Herr Katharina Roschina. Sie hören Nachrichten. Heftige Regenfälle und ein hoher Wasserstand in den Flüssen waren nach Angaben von Zivilschutzminister Wladimir Butchkov die Hauptursachen der Flutkatastrophe in der südrussischen Region Krasnodar und unbilanziert die Reform.